The Biggest Fight of the Summer Tja, dazu kann ich nur sagen The Biggest Fight of the Summer Und ja, also wie war's jetzt hier? Theme-Funk? Gegen John Cena? Gegen Big Show? Ich glaub... Ich glaub, wenn mich jetzt nicht alles täuscht So, bisschen Take-Team-Action ist auch mal nett, dass sie das eingebaut haben Also nicht immer hier Großstandsschaltungs-Scheiße machen Nee, einfach mal eine richtig normale Raw- oder SmackDown-Show So, gut, aber ich bräuchte... Daniel kann sich immer rausgehen, ich bräuchte Big Show Weil den muss ich immer daran schauen zuführen Das heißt... Manchmal klappt's Das heißt... Das heißt, das sag ich euch gleich So, hier... Wenn man ihm die Ecke einfach wirft und dann lässt, wenn er wieder aufwacht oder was auch immer Genau das Dann wechselt er Juhu! Alter, glaubst du blöd oder du Vollidiot? Und es ist auch wieder schön, hier Daniel Bryan im Ring zu sehen Aber vorher, ja, man ist halt... Man muss halt gegen ihn kämpfen, wäre natürlich netter, wenn... Was weiß ich... John Cena und Daniel Bryan gegen Simpunk und Big Show kämpfen wird, okay? Oder... Oder... Oder Handicap! Simpunk, Big Show... Äh... Simpunk, John Cena und Daniel Bryan gegen Big Show Warum nicht? Weil, ja... Big Show... Arsch! Und so weiter... Gut, ähm... Ja... Ist halt wieder schön, Daniel Bryan im Ring zu sehen, da er ja vielleicht nicht mehr kennenzulernen kann Nie mehr... Maybe... Ich weiß nicht... Ich kann nur das sagen, was ich hier mal gehört hab, so von... Vom Internet her und von... Von der WWE selber auch und... Ja... Mal gucken, was hier noch wird, ob das hier noch wird oder was... Okay, aber zuerst hier muss ich mal schön... Hier Big Show in die Fresse treten... Oder einen Knick... Wie auch immer... Zack, ins Gesicht... So, Kollege... Leichter... Hat er schon mal? Leichten Schaden? Ja, einen Schaden hat er sowieso die ganze Zeit schon... Witz... Äh... Was für ein schlechter Witz... So... Ich versuch den, äh... Nun soll... Jawoll... Schön... So... Komm, Elbow... Jawoll, okay... So, Sina, wenn du Bock hast... Es steht ja nicht mit wenig moderalen Schaden zu... Äh... Sondern ich kann ja... Ich könnte auch theoretisch jetzt die ganze Tech-Dimension machen... Bekommt auch Schaden dieser... Wichser... So... Versuchen wir unseren... Äh... Leg Drop... Wär ja auch Quatsch... Okay... Punk einwächst... Okay... So, Punk, bitte... Geil Wichschaden... Ja... Ja, weißt du... Du Schwur... Hell... Fuck you... Äh... Daniel, ausm Weg... Kurz... Alter, du... Männer... Fuck you... Alter, umgekehrt soll das sein... Scheiße hier... Daniel, hör auf... Ich muss hier, äh... Big Show... Angreifen... Alter... Jetzt... Machen Abgang... Er haut ihm ab... Diese Sau... Jawoll... Hier... Greif Big Show an... Das war aber... Ich glaube nicht so geplant... Naja... Das war es hier nicht... Ja... Lalalalalala... Will er wechseln? Wechsel... Komm schon... Bitte wechsel... Bitte wechsel... Bitte wechsel... Jawoll... Zack... Also ich muss Big Show... Greife... Greife Big Show hier... Ich hab die ganze Zeit... Greife... Greife Big Show an... Ne... So... Ja... Ich hab ihn... Und jetzt? Aha... Okay... Wechsel... 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 So, jetzt wäre ein Wechsel nicht schlecht. Greife Brian in der Ecke. Ja, ich würde ganz gern wechseln. Greife Brian in der Ecke mit wem? Na, okay, leck mich. Hey, Daniel, mach mich nicht schwach. Komm schon. Einmal zack, einmal zack und zack. Oh, a running bulldog. Let's go do it. See how much it is. Wilco Martin here for the outfit Brian. Oh, look at Buck's saying, oh, now you want in, huh? Buck's not tagging. Wait a minute. What does that look like, Tim? Wait a minute, does see a Buck actually walking? John Cena, here, look at this. Who's not going, is he? Oh, my goodness. You can't pump me. I'll have Buck too many times. And now Cena. Oh, in the heart, what are you? Oh, in the heart, what are you? Hold on. Let's get up. John Cena, Mark, can see you come? Buck's saying, okay? Go ahead. Take me on the face. This is a step. I'll take my ball. I'll take my championship. And go home. Everybody. Happy, 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 happy. So. Yeah. Okay. Äh. Hör auf. Mein Gott. Weißt du, und ich hab wieder kein Finish und gar nichts. Das wäre jetzt perfekt gewesen, wenn ich jetzt den Finischen hätte oder so. Aber nö. Ja gut, das heißt, es ist theoretisch ein Einzelmatch. Aber Big Show hat keine Lust mehr von Daniel aus. Und Punk hat keine Lust mehr von Cena aus. Super. Kannst du knicken, Kollege. Alter Mann. Alter Mann. Alter Mann. Hör auf jetzt. Daniel hat nervt. Ins Gesicht. Stärk. Zack. Hier, so macht man das Punk. Nicht selber. Deinen Le... Deinen Le... Alter. Deinen Lame and Elbow Drops. So. Apropos Elbow Drop. Und apropos nicht Elbow Drop. Scheide. Scheide und schade. So. Mein Gott. Da könnte knicken beim Ersatz, dass ich ihn jetzt verstehen. Dass wenn man mich so angreift und so, ich kann immer Konter da. Sie machen immer alle den gleichen Fehler. Naja. Ja. Ja, guck. Es bringt sie nichts. Ich bin Profi. So. Jetzt ist halt die Frage. Führe Attitude Adjustment aus und gewinne durch Pin-Fur. Aber ist halt die Frage. Darf ich auch in dem Attitude Adjustment einen Pin machen? Weil da kann ich ja auch. Oder soll ich extra einen Pin machen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mach. Ich mach extra. Weil ich weiß es nicht. Hör auf jetzt. Boah. Boah, Daniel, du gehst mir gerade bis auf den Keks. Aber nie wenig. Au. Kannst du mal aufhören? Ja, aufhörst mit der Scheiße. Oh, Mann, ey. Da haben die Wasser. Ey. Die wird so weit. Aua. Du Schwanzgesicht. Mann, ey. Alter, bist du Albert Doria oder was? Weil du jetzt auf die Arme losgehst. Soll'n das? Alter, nerv' jetzt nicht. So extrem, ey. Hier. Er kommt und alles jetzt. Jetzt geht's aber echt los, oder? Jetzt geht's los. Er kommt und alles. Ich brauche einen Tombeck. Ganz dringend. Verdammte Scheiße. Hör auf jetzt. Boah. Daniel. War mich nicht schwach. Wichser. Jetzt komm, ey. Nerviger Bob hier. Hier. Close line. Und hier. Kannst du mal sehen. Hier. Steh auf. Kannst du mal sehen. Elbow geht nicht. Warum? Alter. Darf ja nie wahr sein. Jawoll. Endlich mal. So. Comeback hab ich noch immer keins. Warum auch immer. Mann. Das. Gib ich doch nicht. Hör auf jetzt. Ich hab keinen Plan, was der will. Der will. Wie? Warum will er jetzt auf meine Arme losgehen? Er hat einen Yes-Log. Was hat das mit dem Arm zu tun? Er hat das ja hier Kopf. Okay, ja, ein bisschen Arm. So. Nochmal, you can see me. Die richtige Variante. Nicht so wie Punk. You can punk me. Ist auch geil. So. Und jetzt. AA. Und ich mach nicht ein extra. Ich mach ein extra Pin. So. Achtung. Bam. Und jetzt Pin. Sehr schön. Ich mach nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 John Cena hat den WWE Titel da. Da er diesen während des Titelkampfs angreift, weiss? Also ja, das mit Mann in die Bank und so weiter. Das, was ich vorher gesagt hab. Ja, danke Big Show, sagt er nur. Boah, wie ich den Typ hasse, ey. Zuerst Cena versaut er alles und dann meinen liebligen Superstar Reigns, alter. Ich hasse den Typen. AJ Lee lässt CM Punk beim SummerSlam in ein Triple Threat Match gegen John Cena und Big Show antreten. Ah, dat ist jetzt also. CM Punk gegen John Cena gegen Big Show, wie ich's mir gedacht hab. Okay. Jetzt ist es ein Triple Threat Match gegen die W-W-W-B-A-G-A-G-A-G-A-G-A. Ev supre отдел, die zu sehen. ромrückanteiging Tela hat sich die Wha schmerzend zu sehen. Ich bin ein Ich bin ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020